In Minute 71 diese Aktion, der Jan Miesig, schon fast für ein präziser Abschluss, der war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal dann dieses schöne Tor, die Vorarbeit von Nikolo, war es ein Handspiel oder nicht, war der Teilannahme, ich meine eher nein, und dann ein feiner Abschluss ins lange Eck, die Führung führt. Untertitelung des ZDF, 2020